Mahlzeit! Heute möchte ich mit euch einmal einen Cockpitpfleger testen. Also im Prinzip möchte ich euch einmal zeigen, wie man so ein Cockpit, also das Armaturenbrett einmal schön reinigt und pflegt. Ein Freund von mir hat mir dazu folgendes gegeben. Kochchemie Allround Quick Shine. Die selber schreiben hier, dass das Zeug reinigt, pflegt und konserviert alle glatten und lackierten Oberflächen. Ideal als Cockpitpflege und zum Nachbehandeln von Lack- und Glasoberflächen nach der Wäsche sowie als Schnellfinish. Für lackierte Möbel bestens geeignet, erzeugt eine saubere, glänzende Oberfläche in einem Arbeitsgang. Also alles. Ich kann damit eigentlich alles machen. Also ich könnte auch jetzt einfach das Auto damit waschen. Theoretisch. Weil es reinigt ja. Ja, aber ich kümmere mich jetzt heute nur um das Cockpit wirklich, also um das Armaturenbrett. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie das überhaupt aussieht. Also es ist extrem dreckig. Ja, das Cockpit ist ziemlich verstaubt, also recht ziemlich grau angelaufen auch. Auf der Flasche steht ja, wir sollen es einfach nur aufsprühen und dann mit einem Mikrofasertuch auspolieren. Und das werden wir jetzt einfach auch mal machen. Ich werde jetzt erstmal nur ein kleines Stück machen, um einen direkten Vergleich zu bekommen. Und danach werden wir einmal das komplette Armaturenbrett damit behandeln. Ja, das riecht auch ziemlich stark nach Zitrone. So, jetzt lassen wir das einmal ganz kurz einwirken und dann zeige ich euch mal den direkten Vergleich, ob man da was erkennt. So, also man sieht doch schon ziemlich deutlich einen Unterschied. Also hier ist die Grenze. Man sieht hier, das glänzt alles richtig schön jetzt. Es ist gut eingezogen auch. Und die andere Seite ist halt noch recht gräulich. Das sieht man jetzt so noch ein bisschen besser als durch die Kamera, glaube ich. Aber ich denke mal, das ist schon ein guter Eindruck, was das Allround Quick Shine wirklich bewirkt. Nur ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt erstmal um den Rest und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich zeige euch mal, wie der Lappen jetzt aussieht. Also es war ein ganz frisches neues Tuch gewesen. Und jetzt sieht man ganz gut, boah, das hat richtig Dreck runtergenommen. Also ich finde es nicht schlecht, muss ich sagen. Und das Armaturenbrett ist auch richtig schick geworden. Also es glänzt alles richtig schön. Es riecht vor allem auch richtig gut, das muss man schon dazu sagen. Also ein sehr schöner Citrusgeruch. Also gar nicht irgendwie so richtig chemisch, künstlich oder so. Es ist ziemlich angenehm, muss ich schon sagen. Ja, das war das Anwendungsvideo zum Kochchen, die Allround Quick Shine. Also ich bin mit dem Ergebnis an sich ganz zufrieden. Er hat das Armaturenbrett schön sauer bekommen. Also es hat einen schönen Glanz. Es riecht wirklich sehr gut. Ich habe jetzt auch noch die ganze Türverkleidung damit gereinigt. Und muss sagen, also ich bin da soweit erstmal ganz zufrieden mit. Ja, den Link findet ihr in der Videobeschreibung, falls ihr euch dafür interessiert. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert mich, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.